Hallo, mein Name ist Michaela und ja, ich bin sehr froh, dass ich mich hier für die Zahnbehandlung entschieden habe. Ich habe immer Probleme gehabt beim Lächeln. Man hat meine Zähne, meine vorderen Zähne nicht gesehen und hat immer ein bisschen so ausgeschaut, als ob ich zahnlos wäre. Und ich bin dann über eine Anzeige gestolpert auf Facebook und habe von der 510-Klinik hier erfahren, von Ungarn. Ich habe mir gedacht, ja warum nicht, probieren wir es einmal. Ich habe dann kurzfristig einen Termin ausgemacht und ja, bin hier angekommen und ja, es hat sofort einen super Eindruck gemacht. Alle sind super freundlich, super sympathisch und ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Gut, dann war die Behandlung, also der Herr Doktor wirklich sehr nett und sehr kompetent. Also ich habe mich immer gut betreut gefühlt. Ja und jetzt nach einigen Behandlungen trabe ich jetzt eben ein Ergebnis, ein Sub-Ergebnis. Also ich kann endlich wieder lächeln auf Fotos und ja, also ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Dankeschön.